Die Stadtkapelle Und wie Sie vielleicht schon entdeckt haben, wird das Jugendorchester auch einen Teil unseres Konzertes mitgestalten. Applaus Meinen Platz werde ich gleich unserem Moderator Florian Grazer freimachen. Er wird Sie wieder, wie immer, charmant, unterhaltsam und informierend durch das Programm führen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch eine schöne Unterhaltung, einen genussvollen Abend mit der Stadtkapelle. Applaus Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Blasmusikfreunde, auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott und herzlich willkommen zum heurigen Frühlingskonzert der Stadtkapelle Kampenmärkte. Ja, wie schon erwähnt, der April zeigt sich von seiner launischsten Seite. Wind und Wetter bleiben doch noch etwas wechselhaft, aber die Tradition des alljährlichen Frühlingskonzertes geht natürlich nicht verloren. Begonnen hat der heutige Abend mit dem Einzugsmatsch Zigeuner Baron, komponiert von Johann Strauß Sohn. Weiter im Programm geht es nun mit der Stadtkapelle Kampenmärkte. Wir können uns mit den Stadtkapelle Kampenmärkte. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020